Musik Herr Bosk, unter welchen Voraussetzungen lassen sich Datenmengen sinnvoll nutzen? Ja, man muss zunächst erst einmal schauen, dass man nicht nur anfängt, Daten in großen Mengen zu sammeln, große Datenvolumina zu schaffen, sondern man muss sehen, dass man die richtigen Daten erfasst. Unter den richtigen rechtlichen Aspekten, unter den Voraussetzungen, unter denen auch die Personen einwilligen, die Daten, die über sie erfasst werden, auch in geeigneter Form abgespeichert werden. Und man sollte auch wissen, was man mit den Daten machen möchte. Nur große Volumina an Datenbergen zu schaffen, hilft erst einmal keinem weiter. Differenzieren Sie zwischen elektronischen oder digitalen und konventionellen Unterlagen? Ja, grundsätzlich ist, wenn man den Begriff Big Data nimmt, erst einmal nicht zu unterscheiden, ob ich große Papierberge ansammle oder große Bitberge. Das Problem ist immer das gleiche. Ich muss die Informationen, die ich eigentlich zum Schluss aus solchen Datenbergen herausholen möchte, ja auch in irgendeiner Form abgespeichert haben und sie so miteinander verbinden können, dass ich zu den richtigen Informationen am Ende komme. Wenn ich mein Papier nicht vernünftig sortiere, kann ich dort auch nichts herausselektieren. Auch große elektronische Datenberge müssen in den richtigen Kategorien und standardmäßig indexiert und abgelegt werden. Wie schätzen Sie die Notwendigkeit der Klassifizierung an? Eine Klassifizierung von Daten ist ganz besonders wichtig. Nämlich die rechtlichen Aspekte sind zu betrachten und die Nutzungsaspekte eines jeden Dokuments, das ich ablege. Wenn ich diese Dokumente nicht klassifiziert habe, kann ich sie nicht eindeutig auch von ihrem Sicherheitspotenzial und ihrem Zugriffspotenzial her kategorisieren. Denn ich muss ja hinterher wissen, wenn ich diese Daten aus einem solchen System heraushole, darf ich das anonymisiert tun, muss ich denjenigen, über die ich die Daten dort heraushole, personengebundene Daten, brauche ich ein schriftliches Einverständnis, reicht ein allgemeines Einverständnis, darf ich in welcher Form die Daten auch weiterverwenden und auswerten. Das muss natürlich vorher genau und exakt festgelegt sein. Welche Herangehensweise schlagen Sie vor bei der Analyse von Big Data? Ja, grundsätzlich eigentlich drei Schritte. Im ersten Schritt sind alle Dokumente zu klassifizieren, die ich in einen solchen großen Container hineinpacke. Im zweiten Schritt sind die Prozesse zu modellieren und zu vereinheitlichen, unter denen diese Dokumente in diese Container hineinkommen, sowohl als auch im Anschluss die Prozesse und die Möglichkeiten, unter denen ich die Daten wieder aus solchen Containern herausholen kann. Zum einen sind das ja Daten, die ich unter Umständen für eine medizinische Weiterbehandlung in dem Fall eines Patienten gebrauchen kann, um zusätzliche Informationen zu einem aktuellen Behandlungsfall zu bekommen, aber auch anonymisierte Daten, die ich der Wissenschaft oder Industrie für Forschung und Entwicklung und neue Produktentwicklungen zur Verfügung stellen können muss. Wie sieht eine plausible Nutzer-Community aus? Ja, eine plausible Benutzer-Community setzt sich natürlich zusammen erst einmal als Elementar aus demjenigen, der die Daten erfasst hat, der natürlich dort auch einen hoheitlichen Zugriff haben muss, dann aber auch für Industrie, Forschung und weitere Anwender in einem medizinischen Behandlungsverlauf. Die Daten in großen Mengen zu Hause macht nur Sinn, wenn sie natürlich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort und in der richtigen Umgebung und den rechtlichen Aspekten genutzt werden können. Welche Zielsetzungen lassen sich denn verfolgen? Ja, grundsätzlich absolut medienbruchfreie Prozesse, um Daten zu jeder Zeit und an jedem Ort in der jeweils gewinnbringendsten Form zur Verfügung stellen zu können. Es müssen Daten in normierter Art und Weise über normierte Schnittstellen in normierten Umgebungen bereitgestellt werden können, um auch die Wertigkeit dieser Daten für jeden Datenanwender möglichst optimal zu gestalten. Welche Ziele sehen Sie für die Analyse von Big Data in Richtung Outcome beim Patienten zum Beispiel? Ja, wir müssen einfach versuchen, den gesamten medizinischen Prozess in seiner Qualität zu verbessern und die Kosten zu reduzieren und möglichst wirtschaftlich dabei zu arbeiten, Doppelbefundungen zu vermeiden, wissenschaftliche Erhebungen auch auswertbar machen. Nicht, ich sag, Daten, die über Jahre hinweg gesammelt werden, wie zum Beispiel in der Tumordokumentation, die letztendlich dann nur auf Papier teilweise unleserlich vorgelegen haben. Solche Dinge müssen auswertbar sein. Es muss Möglichkeiten geben, für die Forschung in großer Breite selektive Daten statistisch verwertbar aus solchen Systemen herauszuziehen, Forschungsergebnisse zu kreieren, diese an die Wirtschaft weiterzureichen und dann in einem geeigneten Umfeld möglichst wirtschaftlich und komfortabel eine Produktentwicklung für die bessere medizinische Versorgung betreiben zu können. Welchen Beitrag leistet das CC ESIG? Wir vom CC ESIG haben in einem ersten Schritt in unseren Arbeiten Dokumente klassifiziert und entsprechend ihrer Signaturbedeutung eingeordnet. Die Eingangsvoraussetzung, um Dokumente in großen Mengen in Datenspeicher hineinzuführen und dabei den rechtlichen Aspekt voll zu beachten. In einem zweiten Schritt haben wir Modellprozesse generiert, die in ihren Elementarfunktionen auf klinische Prozesse umsetzbar sind und dabei die Praktikabilität, die Wirtschaftlichkeit, die Ergonometrie berücksichtigen und dafür sorgen, dass wenn man sie so umsetzt, dies ohne Medienbrüche in der Dokumentenlandschaft passieren kann. Der nächste Schritt, wir versuchen ein Qualitätsindexverfahren zu generieren, das eben auch nachweist, dass die Datenerfassung und die Datenlagerung in dem entsprechend zu garantierenden Qualitätsumfang erfolgen kann und erfolgt ist. Also nicht nur Stichproben passieren und Momentaufnahmen, sondern dass man diese Prozesse permanent begleiten und die entsprechenden Qualitätsparameter erfassen kann. So, dass man sich zu jedem Zeitpunkt sicher sein kann, wenn man ein Big Data Warehouse betreibt, dass man die Daten, die man dort hineingibt, dies in der richtigen Art, Form und unter dem richtigen rechtlichen Aspekt tut, als auch wenn man Daten aus diesem System herausruft, dieses auch wieder so tut, dass man sich sicher sein kann, weder persönliches Recht verletzt zu haben, noch dass man in anderer Art und Weise in Schwierigkeiten kommt, dass die Daten in ihrer Art und Weise nicht richtig dargestellt werden.